Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing und heute habe ich mir gedacht, gibt es ein Champions League Mix Unboxing. Ich habe hier alle Champions League Serien, die ich hier noch zu Hause hatte. Einmal gibt es die Merchitex Serie 16, 17, also die aktuellste Champions League Serie. Die aktuellste Karten Champions League Serie habe ich zwei Booster. Am Starten sind meine letzten beiden Booster, die ich hier habe. Dann drei Booster der Adrenalin XL 2014 15er Champions League Serie. Und dann am Ende nochmal die aktuellste Champions League Sticker Serie 16, 17 von Topps. Und ich würde sagen, wir fangen an hier mit diesen beiden Boostern. Dann kommen wir zu den Adrenalin XL Boostern und dann am Ende noch die Stickertütchen. Und ich starte einfach mal. Ich starte einfach mal und mal gucken, was wir hier so ziehen, Leute. Stürmer Barcelona, das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus. Messi, Messi im Pick. So, Mohamed Elionussi von Basel als Auswärts-Tor-Karte hier. Das ist unsere erste, die wir bekommen. Daniel Da Costa von Leverkusen. Davy Pröpper von Eindhoven. David Silva von Manchester City. Leicester, Leicester, Leicesters-Abwehr mit Wes Morgan und Robert Huth. Also Leicesters Innenverteidigung. Und dann noch, huiuiuiui, Messi, Neymar, Suarez als Champions League-Trio-Karte. Mega nice. Besser geht es eigentlich gar nicht. 99 Angriff, natürlich die Club 100 Karten haben 100 Angriff, 100 Abwehr, 101, 101 Ronaldo und so weiter, aber das ist hier quasi die drittstärkste Karte, wenn man jetzt alle Club 100 zusammenzählt und halt 101, 101 zusammenzählt, ist es hier die drittstärkste Karte, die wir bekommen und einfach eine richtig coole Karte. UEFA Champions League Trio, Messi, Neymar, Suarez, MSN, MSN einfach mal hier gezogen, lege ich mal natürlich hier noch zur Seite und dann öffnen wir den zweiten Booster und dieses Mal gibt es Athletico Madrid, Mittelfeld, alles klar, kann natürlich auch was Gutes sein, Andreas Beck, Allen, Daniel Schwab, Franck Ribéry und wieder zwei Powerkarten hier im Pack, Simons Claudemir und dann noch Saul Niguez als Matchwinner Karte, 81 Abwehr, 88 Attack, sehr, sehr geil, ups, jetzt habe ich die Powerkarte hier auch noch hingepackt, das sind die Basekarten, die lege ich hier hin, Powerkarten ganz nach oben, natürlich diese wundergeile, starke Karte hier, zack, dann öffnen wir jetzt drei Booster der Admin NXL 14, 15er Serie, Ich kann ja gleich nochmal die Verteilungen zeigen, das zeige ich euch jetzt hier mal ganz schnell, hier könnt ihr sehen, was für Powerkarten es alles so vor drei, zwei Jahren gab, natürlich Basekarten, Clublogos, Masters, Defensive Work, Rising Stars, Fans, Favorites und so weiter und so fort, Double Trouble Karten, die waren eh mega nice und mal gucken, vielleicht kriegen wir ja eine, Glenn Johnson, Liverpool, Manuel Neuer, ähm, Mignolet, dann David Luiz von Paris, Cristiano Ronaldo und Islam Slimani von Sporting, jetzt spielt er bei Leicester, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall hier der erste Booster hat es schon wieder mal richtig in sich, Ronaldo als Expert oder als Master besser gesagt und dennoch Defensive Work, David Luiz, sehr sehr geil, ups, nein, uiuiuiui, fast runtergefallen, ja der Booster, so, zweiter, Was bekommen wir hier, Jack Wilshere von Arsenal, GG Buffon, Lima, die erste Powerkarte, es ist eine Double Trouble Karte, Götze und Thomas Müller, Müller, einfach geil Leute, was für ein Packlack haben wir hier heute am Start, die Champions League Trio Karte, jetzt Double Trouble, einfach, einfach geil, einfach geil, Okay, Kawajal und dann noch das Liverpool Logo, Leute, seht ihr diese Schraffur, einfach geil, diese Karte, quasi eine Club 100 Karte, kann man so sagen, Müller und Götze, nice, dritter und letzter Booster der AXL 14-15er CL Serie, Jeremy Mathieu, Azi Pilo Geeta, Marco Strela, ui, Burak Dürmer als Run2Watch, Leandro Salino und dann noch Mastercard von Lars Bender, zack, 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 Ja Leute, das war's, noch nicht, sondern wir kommen noch zur Sticker Serie, Champions League Sticker Serie 16-17, Mal gucken, vielleicht haben wir ja da auch wieder Glück und bekommen Ronaldo oder Messi, Champions League, ähm, Logo als Sticker, Sticker Nummer 1, ha, stark, auch hier gleich wieder ein besonderer Sticker zu Beginn, Philippe, Luis und Frisalko, Kusk und Delaney, Christensen, Elvedi von Gladbach, Butelli und Van Rien von Club Brügge. Zweites Tütchen, ja, hier haben wir den, ähm, Dortmund Gegner quasi in der Champions League, AX Monaco und meiner Meinung nach darf man AX Monaco nicht unterschätzen, weil das wird, ja, hier haben wir gleich perfekt das Spiel Aubameyang Reus, ja, die beiden werden auf jeden Fall, müssen was zeigen im Spiel gegen Monaco, gerade Aubameyang muss da seinen Kopf, auf seinen Fuß einsetzen, um halt wieder ein paar Dinger zu machen, aber Monaco, das wird extrem schwierig, weil Monaco steht ja nicht umsonst da, wo sie jetzt stehen, sagen wir's mal so, Mariano und Rico, Guardrado und Schwab, Morales und Gladki von Kiew und wir kommen zum letzten Sticker Tütchen und auch zum letzten Pack, zum letzten Booster hier im heutigen Champions League Mix Unboxing, Legia, Warschau, Logo und Trikot, dann Kessi Rü und Lukoki, Dembélé und André Apfelschöle, Uloa und Musa und zu guter Letzt haben wir jetzt Miliz und Jose Sosa, der ja auch mal bei Bayern gespielt hat kurze Zeit, jetzt hier bei Bejiktas Istanbul. Und Leute, das war's hier für das heutige Unboxing, ich zeig jetzt auch nochmal die beiden geilen Karten, die wir heute hier bekommen haben, Champions League Trio, Messi, Neymar, Suarez und Double Trouble, Götze und Müller. Und ich würde sagen, das war's hier, in der Mitte könnt ihr mich jetzt abonnieren, wir sind in der Endcard nämlich, kostenlos natürlich, rechts daneben findet ihr die letzten zwei Videos von mir, checkt sie ab, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein, tschüssi.